Es waren einmal ein Mäuschen, ein Vögelchen und eine Bratwurst. Sie führten gemeinsam einen Haushalt, lebten wohl und köstlich in Frieden miteinander und mehrten täglich ihr Gut. Die Arbeit war bestens aufgeteilt. Das Vögelchen, das flog jeden Tag hinaus in den Wald und brachte das Holz herbei. Die Maus musste das Wasser tragen, das Feuer anmachen und den Tisch stecken. Die Bratwurst aber war der Koch. Tja, wem's zu wohl ist, dem gelüstet es immer wieder nach neuen Dingen. Einmal nun, das Vögelchen hatte gerade Feuerholz zusammengesammelt und ruhte sich ein wenig aus, da kam ein großer schwarzer Vogel herbeigeflogen. Die beiden kamen miteinander ins Gespräch und das Vögelchen erzählte von ihrer trefflichen Wohngemeinschaft. Ja, 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 ich verstehe schon, während du die schwere, harte Arbeit machen musst, ja, ja, da müssen die anderen nur ein paar Handgriffe machen, ja, ja, und den Rest des Tages können sie ausruhen oder Karten spielen. Na, das sah's. An diesem Abend, als das Vögelchen nach Hause kam, da war es nicht mehr ganz zufrieden und als sie gegessen hatten, da wollte es unbedingt, dass die Arbeit nun getauscht werden sollte. Den beiden anderen gefiel das gar nicht, aber das Vögelchen ließ nicht locker und schließlich und endlich wurde das Los gezogen. Ja, und das Los fiel auf die Bratwurst. Die sollte nun also am anderen Tag hinaus in den Wald gehen und Holz sammeln. Das hieß also, dass das Vögelchen das Wasser holen sollte, das Feuer schüren und den Tisch decken musste, während das Mäuschen nun der Koch war. Das Mäuschen hatte das Gemüse geschnippelt, in die Pfanne getan und als es so recht fertig war, da überlegte es noch, wie hatte die Bratwurst das nur immer angestellt, dass alles immer so recht gesalzen und geschmalzen war. Das Vögelchen hatte alle Arbeit bereits erledigt und wurde etwas unruhig. Mäuschen, Mäuschen, ich weiß nicht, die Bratwurst will gar nicht nach Hause kommen. Ich will, ich will einmal sehen, wo sie bleibt. Und schon flog das Vögelchen hinaus in den Wald. Ach ja, jetzt fällt's mir ja wieder ein. Die Bratwurst war hineingesprungen in die Pfanne, ein bisschen zwischen dem Gemüse hin und her geschwingert und dann war alles recht gesalzen und geschmalzen. Sprach's, sprang in die Pfanne hinein, kam noch nicht einmal bis zur Mitte und da war es aus. Das Mäuschen musste Haut, Haar und Leben lassen. Das Vögelchen unterdessen flog durch den Wald und als erstes begegnete ihr ein Hund. Hast du vielleicht, hast du vielleicht die Bratwurst gesehen? Japp. Und, 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 wo ist sie hin? Aufgefressen. Aufgefressen? Aufgefressen? Was soll das heißen, aufgefressen? Ah, die Bratwurst hat sich sehr verdächtig gezeigt. Ja, ja, obendrein habe ich gefälschte Papiere bei ihr gefunden. Da musste sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ach, ihr könnt euch wohl denken, wie traurig da das Vögelchen war. Und betrübt flog es nach Hause zum Mäuschen und wollte ihm alles berichten. Aber vom Mäuschen keine Spur. Mäuschen, Mäuschen! Und wie es in die Küche kam, da hatte gerade das Essen Feuer gefangen. Da flog das Vögelchen so schnell es konnte, wollte einen Eimer Wasser holen, aber der Eimer zog das Vögelchen in die Tiefe und da musste es jämmerlich ertrinken. Tja, und die Moral von der Geschichte? Schuster, bleib bei deinen Leisten.